ja 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 hey ihr folgt die Leute im Video und willkommen zu einer weiteren Folge jetzt bei MikeDorf zusammen mit David Lennart, Ricardo und Tim was? Du brauchst nicht ein Pfeffer mit dem was? was ist das denn? Lass mit Drachenatem LOL hä warte wie was? ja einfach aufsammeln ach so LOL ja eben hey sag mal was Ricardo hast du doch irgendwelche coolen Sounds für uns? äh ich weiß noch was du einen von David hast auf jeden Fall ja aber weißt du das? nein ja aber das andere passt ja das passt ne noch einen ja das ist mega leise und es gibt noch einen Sound doch 100%ig den hast du schonmal vorgespielt ach so äh doch und äh Problem ist ich kann die alle nicht abbrechen weil das keine Musik doch alles klar alles klar aber genau ne ich kann nicht abbrechen weil Rikardo wurde gelenktro schockt was? was? Rikardo! dein Mikrofon oder so äh du klingst grad so du musst einfach nur ne Wasserflasche in die Hand nehmen bei Alchemy geil Alchemy Alchemy hast du dir auch Alchemy gesagt weil ich Alchemy ja das stimmt auch also ich weiß nicht was ihr habt äh was? was? ey das machst du nicht extra oder? doch nein ich weiß auch nicht was äh gerade passiert ja dein Mikrofon oder irgendwas macht so äh wie erklärt man das? Leute erklärt ihm das? ja wie macht so Geräusche? Soundbugs ja irgendwelche Soundbugs halt also du ich muss mal Minecraft spielen du bist so elektronisch ich bin so elektronisch oh Rikardo du bist so elektronisch du bist elektronisch ne keine ahne ich weiß nicht was du schreibst klingst so ok du klingst so wie man äh ein Roboter so lag hat so oder ne wenn wenn man so äh in einem Video oder so wenn man sagt jemand lag irgendwie so okay ich kann mich nicht beim Server anmelden also dass der mal wieder hin und her ach keine Ahnung weil das lässt sich echt beschreiben ich hörs dann ja ja irgendwann mal Anmelde-Server sind gerade wohl runtergefahren ja geil ja ok zum Glück hören wir jetzt auf mit der Aufnahme ja gleich ja Tim hat gelämpft also ob die Server ständig down sind von Minecraft ist das ständig? ja weil Daniel war das auch so an und dauernd wann? als wir das spielen wollten ja äh damals oder was? ständig ja wow ist ja wann ist das wie lange ist das her? fast zum Monat oder? alter stimmt krass so die beiden sollen schaff ich eh nicht mehr leider ja dann die was ich auch nicht mehr oder? wie lange geht die Folge noch? äh 10 Minuten ja danach kommt noch eine hä nein ist die letzte hey Julian du wolltest mir doch noch helfen ja deswegen komm ich auch zu dir ich hab ja nichts mehr zu tun guck ob ich das schaue für 10 Minuten und die überziehen wir ein paar Minuten zwei mal aber ich hab ja angeblich jetzt mehr Platz wenn nicht hab ich dann schon keinen Bock drauf doch du hast mehr Platz ok bist schon da? ne ne ok ähm enderpeerle ich hab jetzt sogar kein Redstone Zerg dabei alles das heißt ich muss für kurz Redstone Zerg holen achso der Elektriker holt kurz seine Sachen Elektriker bitte ja weiter als Elektriker Elektriker ja das heißt ein Zombie ok ich bin weg hui ok 1 Volt was? 1 Volt was denn? warum? Elektriker ja was ist damit? ich hab nicht 4 Volt 5.000 5.000 Volt 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 das hätte immer so viele Likes kriegen müssen die Baby Dislikes ja man ich komm nicht mehr auf den Server drauf ja dann geht halt nicht das ist natürlich doof aber die Anmeldeserver sind derzeit Wartung wegen Wartung heruntergefahren ja ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube die Anmeldeserver sind gerade wegen Wartung heruntergefahren tippt ist hier grad so doch scheiß einfach so vielleicht hast du auch kein Internet gerade ja man hat kein Internet ne überall jetzt jetzt pumpt das dann starte Minecraft nochmal neu ja ja ne hat er nicht ich glaub der muss ein Mikrofon irgendwie warte du hast doch ein Headset richtig? ja ja ich denk das mal wieder außen ein nein wie geil war das denn ja voll nice ja weiß ich gar nicht mehr hier irgendwas so Lerat wo denn? ähm kommst du mit hast du einen Kisten? du hast einen Kisten umgeräumt? ja hast du die komplett alle umsortiert? ja alter also du hast einfach wahrscheinlich abgebaut und dann alles aufgesammelt und reingetan ja trotzdem krass glaub ich glaub ich äh hat Thomas gesagt? ja irgendwas der war so abgeschüttet ach scheiß von hier kommen wir dann schon mal und ich hab noch neun Minuten lad ok das ist hey David ey du kannst uns vielleicht helfen bei der Reds und Schalke falls ich wieder nicht weiterkomme Aua war ich nicht ich glaub keiner im Flammenschwert habt ihr Lerat mal weiß nicht ey die ersten gesehen das Bild lachst du lad ja guck mal oh ne der ist schon so richtig verwinkelt also finde ich schon geil muss ich ganz ehrlich sagen alter der Winkel ist schon echt cool auf ihn und scroll dann mal runter auf wen? auf Lennart hier warte kurz warte kein Rastländer achso wow achso ok da bin ich hier dran ja was? ja achso oh hier ein 2x2 Tor oder was? ja alles klar Lerat 2x2 Tor oder was komplett an und wobei geht ähm hier darf ich also alles quasi ein bisschen nutzen ja dann ja ok oh ich hab Pistons vergessen oh nein oh nein was hast du getan du Buntere ok jetzt muss ich hier irgendwie da raus und wieder rein schieben haha ok hier gehts dann du hast nicht zufällig hier genau die brauche ich du hast hier nicht zufällig Pistons da gibt's eigentlich noch was von Döllo aus da gibt's so gibt's eigentlich irgendwas guck mal Lennart Info auf ein bisschen koks für dich und äh soll ich mal abspielen ja ich schwöre ne wenn ich das hier gebraucht hätte ich schwöre ne ich schwöre ne ich schwöre ne ich schwöre ne ja ich schwöre ne ja ich schwöre ne ich schwöre ne ich schwöre ne ich schwöre ne ja wlan oh hahaha das ist einfach so schlecht vor allem wie du deine Niko-Fondamente wieder abkackt das ist geil das macht uns viel besser alter oh mein Gott willst du nicht mit solchen Blöcken bauen? Was? Beton? Ja. Guck mal. Guck mal, weil er ist eigentlich sein Profil. Gibt's auch in anderen Farben. Alter, wie viele... Was ist, Tim? Wo kann man sein Profil machen? Wie Profil machen? Also du kannst es, glaub ich, bei... Ja, du kannst einfach ein Avatar da einfügen. Einfach Avatar einfügen, das war's. Rechtsding auf dich selbst. Dein Avatar setzen. So, ich hab noch 7 Minuten Zeit, um da jetzt eine Scheidung hin zu zaubern. Boah, ey, du hast doch mal sowas gebaut, dass... Guck mal, Gennart. Stell dir erstmal das Boden vor. Gefolgt mich das doch immer noch? Nee, kann gar nicht sein. Weißer Boden. Uiui. Ich hab ein bisschen was gemacht. Nein, du läufst falsch hier, Julian. Ja, aber wir haben ja auch grad gemerkt. Problem ist, das ist wie Sand. Äh, das war hier lang, da lang... Nein, war's nicht. War hier lang. Ja, ja, deshalb sag ich ja. Stell dir das mal als weißen Boden vor. Boah, ich find, ich find Lertz-Turm schon geil, wie verwinkelt der ist, aber von außen muss halt irgendwann geil aussehen. Aber wenn's irgendwann von außen geil aussieht, dann wird's wahrscheinlich echt cool. Ja, Julian, ich hab ja gesagt, wenn ich Zeit hab, dann kann ich hier viel bauen, aber... Ja, ich weiß. Muss halt einfach öfter dabei sein. Ähm... Was für Blöcke soll ich das denn zumachen? Einfach mit Steinziegeln wieder? Ja, und normalen Stein kannst du auch noch mal nutzen. Ja, ich mein's einfach so. Okay, ähm... Scheiße, ich hab nicht Stein... ich brauch Steinziegel. Oh, jetzt muss ich hier wieder durch den Turm rennen, durch den kompletten Turm. Guck mal, ob ich damit fertig werde. So, äh... Ich brauch Steinziegel, Lennart, oder Stein, eins von beidem. Ich bin hier oben, ich werf dir was runter. Okay, danke. Hier, und hier, Julian. Danke. Ja, der. Frag ich, warum Ricard... Oh, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Frag ich, warum Ricardos Mikrofon jetzt anfängt da so rumzuspacken? Passt sich halt seinen Benutzern an. Hehehe... Hehehe... Neeee... Neeee... Der kam... Hehehehehe... Kaa... Hehehehehe... Alter, kick den mal bei Top-Tennis. Ob das noch immer so ist? Ja! Immer wieder halt! Gut, ich mute mich jetzt, hee... Scheiße! Scheiße! Was ist dein Gott? Hehehe... Hehehe... Wie geil war das? Heeeee... Hehehehehe... 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 Voll geil! Hehehe... Okay, ähm... Okay. Ähm... Ah, ich glaub ich... Ja, hm? Ich bin vom Parkplatz. Manche können einfach so... und so... Tschüss! Tschau! Tschau! Passt das noch in der Folge, oder? Ich, äh... Denke schon, ja. Muss aber nicht, aber ich glaube ja. Ja, du wolltest ja sonst paar Minuten überziehen. Ja, ja. Würde ich tatsächlich machen. Oh, danke. Na, gerne. Äh... So... 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 Äh... So... Äh... Das müsste ich dann theoretisch noch gleichzeitig ansprechen. Und zwar am besten mit einem Knopf, der hier irgendwo ist. So... 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 Halt den Maul! Ja, hm... åh... Alter jetzt macht es richtig viel Geräusch... Ja... Alter... Jetzt geht es richtig ab, wo wir jetzt durchgehen! Alter Ricardo! Huuh tightly... Huuhть! Jetzt ist gerade... gdy doch jetzt gerade ist wirklich krank! Ricardo tu irgendwas! Okay, danke. Ganzи was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Der hat mit seinem kleinen Tumpel dagegen gehalten. ich da jetzt ein repeater hin mache geht das auch perfekt kann ich jetzt theoretisch irgendwo da auch ein repeater hin machen ja einfach dahin bums das heißt jetzt haben wir wollen jetzt kommt nicht mehr rein das war durchdacht so können wir das theoretisch mal alles zu bauen dann setzt mir zwei treppen für die schönheit wirst du dieses signal nur noch darüber anschließt und zwar verdammt müssen die fackel ausschalten moment das ist jetzt ein bisschen kompliziert als ich dachte minimal aber nun wenn wir da peter machen da den blog das hat weniger verzögert oder nehmen wir dann mit bieten machen dann block an den ist nicht was sogar da perfekt moment so mal gucken ob ich das schaffe in der zeit und meine kleinen challenge wie lange denn noch nur noch theoretisch 1 20 als weiß aber wir werden ein bisschen überziehen auf jeden fall und schaffe ich das nicht ich weiß es nicht theoretisch können wir am wochenend noch mal aufnehmen weil sie nicht samstag noch nicht ja samstag doch wieder nicht samstag können wir vielleicht sonntag machen aber wir müssen ja stimmt das wird ja nicht wir machen das dahin und dann machen wir hier redstone fackel hier dran ist ein ungenutzter raum jetzt der perfekte ich den nutzen kann bestimmt ich den benutzen was kannst du sagen kann bestimmt hier so einen ungenutzten raum benutzen ich denke mal warte kurz so so perfekt wobei oder machen es einfach so perfekt hier neben direkt hier irgendwo hier ist ein ungenutzter raum ach so ja okay gut jetzt müsste theoretisch schon mal jetzt jetzt auf der anderen seite weil ich auf der anderen seite gerade abgekapselt habe mensch bei warte nation gar nicht okay das sind auf der anderen seite jetzt nicht moment also jetzt der block fehlt alles da jetzt ist also jetzt verzögert an die ist nicht verzögert welche wir nicht angestellt habe so jetzt gut das funktioniert oh mein gott welches fast eine grube gefallen das funktioniert jetzt müssen wir theoretisch nur diesen block hier ansprechen perfekt das müsste funktionieren und zwar müssen wir diesen block hier verzögert ansprechen machen wir einfach so warum ich hier den knopf dran und wie sieht denn hier aus und aus da machen wir keinen knopf dran sondern wir machen den knopf